Pfingsten gibt's das Wir-Gefühl und Mitmacherlebnis. Unges Pingste in Korschenbruch. Schützentradition und die beliebtesten Partys. Eine ganze Region feiert. Pfingst, Samstag, 20 Uhr, die Mega-Party im Festzelt mit Area 41. Sonntag, der Party-Marathon geht weiter. Ab 20 Uhr mit Live-Musik von Wall Street. Und dazu beeindruckende Schützenzüge und Paraden am Sonntag, am Montag und am Dienstag. Und natürlich die große Kirmes am Matthias-Hörenplatz. Unges Pingste in Korschenbruch. Da, wo alle feiern.